Hallo meine Freunde, Gravy Zahnlücke, Axo Raubein und Stiefiriem Zoe. Hallo. Das heißt eigentlich immer die Tanja oder heißt die anderen nicht immer Tina? Ne, die heißen auch manchmal ein bisschen anders. Ah. Ich filme meinen Krug, meinen Hunden wieder ein bisschen... Oh, ich bin ja schon gesoffen. So, willkommen zurück zu Sea of Seas und wir gehen auch gleich direkt wieder an Bord, wenn wir unser normales Tagesgeschäft... Da muss ein bisschen Erfolg gekostet haben. Unser Tagesgeschäft, genau. Erledigt haben. Äh, tägliches Dings reingeholt haben. Soll ich ihn wieder reinholen? Habe ich ihn rausgelassen? Habe ich ihn gar nicht mitbekommen. Och Dex, pack'n ein. Ähm, sag mir mal ganz kurz, wo sieht man überhaupt den Rang oder sowas, dass man hier bei dem Typen hier mal rein... Ach, der trinkt ja auch mit. Also, einmal Tab drücken. Ja. Da seht ihr ja, ähm, Goldsammler, Rang 6. Ja. Seelenorden, Rang 2. Ja. Wenn ihr auf das Pfeilchen klickt, haben wir Handelsbund Rang 5. Ja. Genau, wenn wir jetzt einmal zu dem Goldhändler gehen... Ja. Warum haben wir bei Seelenorden so wenig? Och, ich komm nicht... Weil wir noch nicht viele Aufträge dafür gemacht haben. Wir haben doch aber jetzt schon drei, vier Piraten gekannt. Ich bin so... stramm. Das weiß ich, dass du stramm bist. Du hast auch die strammste Schulter von uns allen. Sagt mal Bescheid, wenn ihr da seid. Ja, ich versuch grad, zu euch hinzukommen. Ihr habt mich angekotzt, danke, danke. Ja? Oh Gott. Oh, wer hat mich angekotzt? So. Angebote durchstöbern? Ja. Und dann steht oben, ja, nächster verfügbare Beförderung. Rang 5. Das kostet 1000... Ne, das kostet 100 Gold-Coins. Ja? Das könnt ihr mal anklicken. Ja. Und dann könnt ihr euch eine goldene Schaufel jetzt freischalten für 1000 Coins. Die schaufelt etwas schneller. Aber das kostet 1000 Coins? Ja. Aber dadurch, dass du dir immer wieder die Ränge hier kaufst, kriegst du halt bessere Karten. Da kannst du bessere Truhen rauskriegen. Alles klar. Muss ich die Schaufel jetzt kaufen? Musst du nicht. Hab ich gemacht. Mach ich nicht, ihr schaufelt sowieso besser als ich. Echt mal, ich lass euch arbeiten. Ich... 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 Ich war viel zu schnell. Ähm... Bei dem Handelsbund können wir auch mal... Können wir dasselbe machen. Da können wir uns nen... Kompass kaufen. Ne, ne Uhr. das war knapp ich wollte schon fast gerade runterfallen wollte es gerade fast runterfallen ne uhr aber ich nehme mir auch neuen auftrag kann ich gar nicht mitnehmen oder habe ich glaube ich mache ich habe jetzt schon mal ein von den besseren gold aufträgen gelegt okay kann ich denn alte alte aufträge wegschmeißen ich glaube nicht wie nicht hat doch verwerfen ja sehr schön dann nehme ich mir nehme ich mir was hat die denn die die olle für mich aber da sind wir nicht lang fünf okay wir sind dann noch an fünf werden bei der seelen seelsorger schön so dass du so viel musik machst goldmann goldmann der hat mir ja schon also da habe ich einen auftrag noch angenommen also ein gold auftrag habe ich auch okay cool dann mal sie an bord aber ganz ehrlich würde gerne mal den mega doch noch mal sehen würde ja was war das denn da hinten scheppert ganz schön rum ach so dex guck mal das hier ist zum beispiel die neue schaufel wo bist du ach da kommen wir ins licht was für licht frage ich mich auch gerade stelle ich einfach mal hier so hin ich versuche dich gerade ja ja eine bronze oder sowas ne ja sehr schön jetzt arbeiten da ist der gravy doch noch weggesprungen ich habe dann die hier ist eine schaluppe neben uns leute die man mir platz freundlich hallo sagen wieso schießen erst mal und dann haben die ab welcher seite wir brauchen gar nicht richtig ach da die da hinten ja kommt ja was los was los was los ich ich bin gerade auf dem schiff die haben die kiste die kiste los los kommt 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 hast du sie ja hier ist die kiste ich komme ich bin hinter dir gib sie ab 331 hoch 10 aber wie ist scheiß drauf wir sind piraten das ist nicht hinter 40 nicht drauf schießen nicht drauf schießen ich wollte eben einmal aufs boot und gucken ob die noch was haben ja ich gucke ich bin auch da ich habe noch was abgegeben übrigens die haben hier noch zwei kisten und ein pulverfass ich bin schon unterwegs der ist nachgekommen der ist nachgekommen ja gut wo ist er sauber kommt das schiff eigentlich auch entern wir können das schiff auch steuern das pulverfass müssen wir wieder abgeben ja wo gebe ich die truhe hier ich habe ja in kopf habe ich gerade noch in der hand ja den schädel aber sonst war alles anders konnte ich nicht nehmen oder sehen das sieht ja geil aus wenn das untergeht ich habe nicht gesehen ich habe nichts mehr drin aber auch passend eintreffen und ich fliege in die luft so hat noch abgegeben der muss ich das goldfass abgeben bei dem goldhändler vorne bei unserem steg das das pulverfass ja sehr geil das ist nicht assi wir sind kiraten das ist ganz normal aber wir müssen gucken dass die jetzt nicht unser schiff nehmen ach so das stimmt es gibt doch eh grad nichts zu holen da ja aber trotzdem trotzdem haben die da nichts verloren ja die müssen die sind schon auf unserem schiff gerade sein oder seid ihr das ach so hey mann wo ist mein schiff ist der erfolg den ich eben bekomme die fluchen jetzt alle die hatten so viel dabei ja selbst schuld wenn man neben uns anlegt wollen wir mal für die nächste fahrt abgeben das ist aber auch echt quatsch dass man so nahe da anlegt aber ich glaube die haben nicht angelegt das war irgendwie voll komisch die waren so schön wir haben jetzt goldsammler sammler rang 7 dank dank unseren kollegen ja aber ganz ehrlich drei karten macht mal das licht am schiff an wir wollen ich will gesehen werden ich möchte dass die leute angreifen ja sonst ist es langweilig ne wenn die angreifen dann brauchen wir nicht zu denen fahren dann kommen die ja zu uns so soll das sein dann fahren wir mal wo geht's lang ja ich guck gerade so gefällt mir das fängt ja schon gut an übrigens diese Folge ganz toll was haben wir jetzt abgegeben zwei goldaufträge was ist das? ich hab ein Schädel abgegeben ein Fulverpass habt ihr angegangen könnt ihr mal halten vier? das sehe ich ja eh nicht auch nicht auch sind zwei drei karten achso eine sieht aus wie so ein Hühnchenschenkel welche nehmen wir denn die erste, zweite oder die dritte? womit fangen wir denn an? mit welcher? ja alle direkt markieren wenn wir so haben ja noch mal Dieter nehmen wir mal Dieter ran wie? blander splite ne Hühnchenschenkel ja das ist der unterste Hühnchenschenkel sieht so ein bisschen aus ich geh schon mal ankerlichten damit wir schon los fahren mach das mal ich helfe dir die beiden können da schauen das ist schön ich steh neben dir warte mal gut die Eile war das nicht auch da ne ja es muss der Anker hoch ja mach du mal du schaffst das schon ich merke das schon paradise spring ja das ist die Bürste die haben wir nicht übrigens haben wir jetzt mal ein bisschen Wind in den Segeln aber ich glaube ja hab schon komplett gedreht hab schon komplett gedreht ah ok sonst hätt ich den Anker nicht gelichtet ah hier ist Chicken Isle direkt hinter uns echt? ja ähm sind wir aufgesetzt? weil wir uns nicht mehr bewegen wir drehen und dann haben wir noch das längliche Ding das? warte mal warte mal Snake Island direkt neben Chicken Isle ja wo lang? das? ja das sind die drei Inseln und dann drüber müsste glaube ich die nächste sein gib schon mal ne Richtung an oh Snake Island Castaway ja das ist die gut sag schon mal ne Richtwär kurz nach Süden äh Norden äh Norden ok einmal komplett um die Insel zurück ähm haben wir Schlagseide irgendwie? haben wir Wasser im Bild? ne ne es zeigt grad Wind und Feuer und boah die sind so böse jetzt das ist irgendwie tat das ein bisschen leid das hat mir echt ein bisschen leid war das die zwei rein zufällig die wir grad eben das waren nur zwei ja aber das waren doch grad die zwei die 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 nicht? nein das waren nicht die den oder was das war wär mir auch egal gewesen also ich ich fühl mich grad jetzt erst richtig wohl als Pirat richtig so gehört sich das wieso wieso ankern die denn direkt neben uns das ist ja voll 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 gepackt mit tollen Sachen wie die das Leben schöner machen das ist ja lebensschöner ja aber das sieht man doch man überseht doch unser Schiff nicht das war ja dunkel na bötchen ähm ich fahr mal ganz gerne oben ins kreinennest fährt mal jemand? ja ich fahr für dich wohin muss ich denn? erstmal einfach Richtung Norden bisschen links vom Norden ja wir fahren ich fahr mal gleich wieder gegen den oh Gott der ganze Mast der biegt und dreht sich hier in alle Richtungen gerade das ist die richtige Richtung? äh alter wie das Ding hier hoch und runter geht ja kannst du sogar noch ein bisschen nach rechts ziehen also jetzt straight Norden oh in der Rechten ist ein bisschen schlecht hier oben bist du auch hier oben? schon gut ne? hallo das bewegt sich mega ne? mhm ich suche wirklich noch ein Schiff wenn wir ein Schiff sehen dann einfach komplett abdrehen auf das Schiff drauf zu sind wir eigentlich geladen? wir hatten ja ich hab gesehen ein Schiff oder? ist das ein Schiff? guck mal nach rechts aber wo ich grad hingucke mhm ganz hinten im Hintergrund ist diese kleine kleine nicht das ist ein Schiff das ist ein Schiff das bewegt sich ja dann sag mir in welche Richtung da war ein großes Schiff das ist doch kein großes Schiff aber wir haben ja grad eh nichts zu verlieren oder nicht? leuchtet doch was meinst du? ne 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 wir haben grad nichts zu verlieren das stimmt oder? ne 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 weiter nach rechts ich kann ja nicht ich kann aber ich kann doch den Kompass ganz kurz raus holen der Kompass der ist aber auch immer voll im Weg einer von euch beiden steht immer im Weg ähm Richtung Osten ist das genau Richtung Osten na dann auf gehts das da könnte ein Schiff sein bei der Insel da hinten das kleine mhm ich seh nix das sieht doch aus wie ne Schaluppe oder nicht? ich glaub wir müssten jetzt eigentlich die Segel wieder ups umstellen da hinten läuft aber was alles aber ne Insel geht durch ok also wo ja das wird das ist ein Schiff das ist ein Schiff und das wird jetzt ja sauber voll drauf drauf zu ey wir fahren aber auch grad voll auf ne Insel zu äh rechts 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 steuerbord volle pulle steuerbord erstmal ja machen wir das ist die Bürste hier Paradise Spring und gleich wieder links wir haben halt grad die Segel nicht so gut jetzt direkt wieder links und jetzt geradeaus erstmal geradeaus fahren wir versuchen zwischen diesem Atoll dazwischen zu fahren da waren wir da waren wir übrigens eben schon mal das ist dieser Atoll wo wir grad eben zwischen gefahren sind du meinst Richtung Ost-Süd-Ost oder? ähm ich muss das Kompass wieder nehmen? ja Ost-Süd-Ost Zoe ja ja ok ach das geht grad unter ne doch geht grad unter ach nein warum aber vielleicht ist dann da der große der große Fischi ach das sind da will ich nicht hin das sind die Römer die haben bestimmt gesehen dass die Gallia grad kommen und das Schiff versenkt die Gaga die Gaga die Gaga äh Zoe kannst du da drehen Richtung Nordwest die Piraten meine ich nicht Tiere ach Mist hm er rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Könnt ihr mal gucken, ob wir ein bisschen mehr Ruhe in die Säge kriegen? Nö. Nö, wir machen jetzt nichts. Mach selber. Kriegen wir grad nicht. Ihr Ball, ihr sollt da oben nicht rumknutschen. Lars, haben wir jetzt nicht die richtige Fahne? Wir haben grad nicht die richtige Fahne raus. Nordwest, ne? Jetzt, Dex. Jetzt, jetzt passt's. Oh, komm mal schön mit dem Licht. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Musik da oben. Ja, Nord-Ost, sorry. Ne, Nordwest. Ja, wir machen uns das Gesicht zu schmatzen, du Sau. Wenn ich gesehen, dann schmatze ich immer. Warte. Das ist doch das perfekte Lied für euch. Klingt so noch Brokeback Mountain. Mann! Wie viel Schiff! Schüff! Schüffe! Schüffe! Wie ist denn du Schüff? Jetzt hab ich doch echt mal ein Schiff hier oben gesehen, gesichtet. Dann versenkt sich das alleine, ey. Verdammte Hacke. Warum haben wir ne weiße Fahne? Auf dem Mast vor uns? Ich weiß nicht. Äh, Zoe kannst du noch ein bisschen Richtung Westen? Den Trick kenn ich. Äh, ja. Wir kommen in Frieden! Feuer! Das ist gut. So, jetzt Kurs halten. Dann wechseln mal die Flagge zu der. Wir haben keine Ehre. Das interessiert uns alles nicht. Wir haben halt voll Gegenwind gerade. Ja, wir haben nur Gegenwind heute. Jetzt sind die Fahne übrigens auch schwarz geworden. Guckst du? Ja. Mh. Kommt aber grad Poli. Kommt die, hä? Räuft gute Musik im Radio? Wo ist denn die? Boah, dieser Wellengang ist ja herrlich gerade. Mh. Ja. Oh, ich merke, ich muss grad mal ne... Mal ne Banane essen. Mann, ich will ein Schiff öfter senken. Das fand ich... Ich bin grad richtig hart. Scheiße auf sowas. Blutgeleckt. Ja, ne? Das macht schon Spass. Spass. Pflegen gerne. Haben wir alle, alle Kanäle nachgeladen? Joa, ich hab ein paar nachgeladen. Nee, die ist nicht nachgeladen. Shit. Doch, endlich. Ja, ich hab alle nachgeladen. Ey, ich hab gesagt, ich hab ein paar. Nicht alle. Äh, wir sitzen an die hintere Insel. Das heißt, ich seh nix. Fahr mal weiter. Wellengang des Todes. Voll geil. Äh, Gravy? Die hintere Insel. Oh, wir haben wieder Wind. Von den dreien. Make Island. Wie mit dem Spitzen. Wer hat da was? Äh, die hintere. Ganz linke. Zoe, zieh mal nach rechts. Ach, da hinten. Die kleine da? Ja. Das ist das Schiff? Wo? Ist das ein Schiff? Nee. Da hinten am Horizont? Ich glaub, das ist ein Stein, ne? Ja, das ist wieder so ein Turm. Wir sollten mal die Segeln reinholen. Wofür? Diese kleine da, diese mit dem steilen. Mit der steilen Klippe. Die kleine hier? Diese zwei kleinen hier? Rechts? Ja, die hintere. Die, die jetzt direkt rechts ist. Die kleine. Oh, okay. Das kleine Ding hier. Jetzt sag doch's doch. Das kleine Ding. Das müsste das große dann sein. Wenn das ein Dexter Ding ist, dann fahren wir gerade aus weiter. Das mit dem Loch? In der Mitte. Irgendwo muss das Lebenselixier doch raus. Ja, so kommen wir halt gerade nicht weiter, ne, Freunde? Ist egal. Ja, wieso? Sonst hier ankommen und rüber. Ich fahre jetzt ja, äh. Na gut, dann ankommen mal. Geil. Ist das schön hier, verdammt nochmal. Die Unterwasserwelt. Man würde ganz gerne die Unterwasserwelt noch so ein bisschen mehr erkunden in dem Spiel. Ja, dann ab geht's. Wir brauchen noch ein paar Wracks. Komm, ab in den Wellengang, Dex. Ich bin schon, ich bin schon. Ich bin schon unter Wasser. Unter, äh, Unterwasserwracks, ne? Wo du die die nicht von außen siehst. Hey, macht der das, ey? Dieser... Hast du geschossen mit der Kanone? No. Nee, der macht hier ständig den Hechtsprung vom Feinsten. Wer? Wie macht man denn den Hechtsprung? Keine Ahnung. Mit dem Schwert. Mit dem Schwert den, den Angriff aufladen. Ach so? Ist das nur geschossen? Ach, das ist wirklich eine Schlange. Schon wieder gefunden! Mann! Ich will endlich mal auch eins finden. Ach, Mann! Was gibt's? Ne, noch nicht ganz. Ist da noch eine? Oh, da. Das ist noch die eine. Stirb, du ekelhaftes. Da steht's. Hallo, hast du mich abgehauen? Oh, unheult. Ich will noch mal Schelette haben. Ich mach schon der großen Insel den Strand ab. Ich mach schon der großen Insel den Strand ab. die große insel hat glaube ich eine höhle so wie es aussieht ok hier oben ist noch ein pulverfass nicht verstehen lassen und die große insel hat schlangen ok der cool dann lass doch da mal rein das geht irgendwie an land an land und dann kannst du ja los springen hinter uns zurück krassen welche haben mega wir waren gerade rüber schwimmen und das haben wir nicht mitbekommen die waren zu uns und der andere der hat ab leer geschossen der geschossen wunderschönen ganzen schnell er aber es ist nur so ein durchgang ich habe mir jetzt noch weiter hier stehen gleich noch kann und was er nicht auf der großen insel nicht immer bananen und kanonenkugeln aber ich kann mich halt nicht werden wenn ich da raum springen ja so ein unglück sterben ob sie wollte gar nicht ich wollte nicht schreiben auf welcher insel sind wir eigentlich gerade auf einer hübschen auf einer mit ganz viel grün zeugs und mit ganz viel kisten wo er kann man ja doch das ist so ein sein ich glaube so ein kaputter oder so ich habe ein käfig gefunden mit tartan snake 88 4 hat mich auch gebissen ist tot kann man das irgendwie nehmen auch schon mal da oben der oberste stein er sieht auch lustig aus hier dieses wie so eine wie so eine schlange auch wieder schlangen insel schlechthin war ist noch irgendwas cooles ich will skelette haben und keine blöden schlangen geh weg und stirb wir könnten auch die andere kleine insel ich will gerade sagen wo ist das nicht noch eine andere ja hallo taxi taxi hinter dir warte mal wo müssen du warte ja schön wie der tanzt du tanzt übrigens in der luft sieht voll komisch aus du siehst selber komisch aus wie redest du mit deinem captain eine schildkröte schildkröten insel schildkröten schildkröten die stehen auf kröten wenn du dir das bild hier mal anschaust oh witzes nick ja das bild sieht eigenartig erfrischend aus schlange mit kröten eigenartig erfrischend ich will einfach schwimmen einfach schwimmen voll gut das wasser aussieht hab ich schon mal erwähnt ja ein oder zweimal bretti bretti rettet das fass also jetzt nicht in grave ich mein jetzt den schatz rettet den schatz oh hier sind fass und das fass ist leer Zoe rette mich weißt du du warst in mir drin was in mir drin ja danke mag ich nicht so gern magst du nicht so gern ne 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 verstehe dein problem grad nicht aber hey boah wie sie das wie hab ich schon mal wert wie geil das wasser aussieht du musst du was gefällt dir jetzt guck mal nach oben guck mal jetzt mal nach unten von unten von was dann nach oben guck mal wie die wellen ja das ist schön ne boah abgefahren also wenn ich raten müsste was Dex am besten gefällt würde ich sagen das ist das ist die Schlangen das Saufen ne die Gegner plant mal die Schlangen ich komm nicht mehr raus und jetzt erstmal die Hosen runterlassen Anker vom Ankern und ja so wir haben das drauf wir kennen da gar nichts guck mal jetzt oh 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 die ganze Crew hab du gesehen als die Axt so an dem Anker war da war das der Anker ähm wir können wir fahren grad hier voll auf die Insel drauf ach so ja machen wir erstmal in Ordnung das war knapp 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 der eine kann's der andere nicht und Skelett springt grad hinter uns her echt sehr süß das hat doch grad eben mit mir kämpfen können als ich danach gerufen hab Mann wir schießen wir auch nochmal schieß äh äh von uns steht keiner am Steuer ist auch gut das ist Steuer keiner am Steuer Ungeheuer einfach ein bisschen nach rechts das hätten wir schon geschafft wie für ein Schiff ich bleib mal stehen warte warte wo ist der Anker wo ist der Anker Achtung ich will ganz kurz mal da unten zu dem zu den Fässern das sind nur Fässer das bringt wer weiß wer weiß ich war ja noch nicht da ich will es aber gerne mal sehen vielleicht werden wir von der Insel gleich wieder getroffen ja könnte sein noch nicht aber wer weiß aber wir haben wir haben einen kurzen wir haben einen längeren ich bin noch nicht nach norden wir sind noch nicht drauf wir sind noch nicht drauf natürlich ach so komm wir gehen weg wir haben doch gesagt wir werden voll geschossen mann wir haben doch nicht einmal getroffen komm raus 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 halt meine Hände raus soll ich euch eine Tür unterschmeißen raus 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 ich mochte Susanne ich mochte Susanne immer lieber tschüss die hat wenigstens mehr Geld gehabt oh da sind wir wieder hallo Leute hallo habt ihr uns doch bestimmt vermisst schön euch wieder da zu haben natürlich natürlich wir vermissen euch jede freie Sekunde äh ihr müsst euch in Nordwest ne können wir haben können wir haben kriegen wir gerade so gut noch Betrieb äh übrigens was gibt's bei Namen gibt doch jetzt nichts anderes mehr hier hm na oh wie sie die Hände hinten äh verschränkt am Rücken verschränkt das sieht echt toll aus einfach nur gerade aus sonst sind wir da Castaway Island Isle 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 de la muerte ach so er fährt sich gar nicht ok ok kannst du das Seele mal ein bisschen hoch lassen ich seh nämlich nicht wie wir gerade rauf zu fahren äh fahr ganz gut rauf zu du hast sie jetzt links von dir ok kannst auch ruhig noch ein bisschen nach links ziehen ich weiß nicht ob da eine Sandbank nachher ist was ist das denn da am Strand Gegner äh Segel hoch ankern äh jetzt jetzt ich spiele dir schon mal was schönes vor ich spreche mit den Segeln sollt schon gehen yo ok das war die Sandbank wir kommen die Skelette denken sich auch nur nein nicht schon wieder diese Nerpigen komm her du komm her du mehr Skelette hinter dir achto eine Schalange eine Schalange kann man dir hier abstauben was gab es denn eigentlich hier gab sie hier irgendwie was zum zu ist das diese kleine die sagt die Höhenschenschenkels das ne? Oder nicht? Ja. Diese kleine Nippel? Hab dich schon gefunden, oder was? Ach so mal wieder. Ah, Skelette! Kamel. Wow, diesmal sind sie aber ein bisschen krasser. Du hast einfach... Du hast einfach keinen mummeln Knochen, Greenhorn. Was? 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 Ich schieße dich. Und er auch. Ich schieße dich, ja. Ich schieße dich und erre. Er schieße. Das macht jetzt schön. Ich guck euch gerne dabei zu. Ich wusste auch, dass hier die Schlange ist. Ich seh sie noch nicht. Die Tat ist, dass man jemandem keinen Rauf überm Kopf braten kann. Kein was? Was überm Kopf braten? Nix. Ein Spiegelei? Ja. Deine Backpfeifen. Der Mond ist so lila schön. Da wurden wir von der Schlange angerostet. Du machst das schön, Dex. Wir fahren dann schon mal. Tschüss. Nimm mich mit! Nimm mich mit! Südwest. Spicken Isle. Wir müssen an Fuhls Lagun vorbei. Südwest. Südwest. Gut gemacht. Wir haben echt zu wenig Lichter an Bord. Ich möchte das ganze Schiff mit... Wie machen wir mit Geräusche? Vielleicht kommen hier welche. Da ist ein Schiff! Da ist ein Schiff! Rechts! Rechts! Zieh nach rechts! Zieh nach rechts! Zieh nach rechts! Ist egal! Ist egal! Wir kommen! Wir kommen! Haben wir alles nachgeladen? Alles nachgeladen! Habt ihr genug Kanonenkugeln? Ja! Ja! Habt ihr genug Munition? Mach mal die Lichter aus! Ja! Ja, stimmt! Mach die Lichter aus! Uh! Das ist gut! Wir brechen uns an! Arrrr! 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 Ich seh's jetzt gleich nicht, weil ihr müsstet mich ein bisschen lobsen. Ich sag, wenn der Schniedel den ganzen da geradeaus zeigst, dann fährst du jetzt! Jetzt! Geradeaus fahren! Schniedelwutzel ist geradeaus! Okay! Und das Ding ist groß! Das Ding von dem Ding ist auch groß, oder? Nee, ist ein kleines! Aber wir haben größeres Dinges! Oh Gott, aber die sind wendiger! Das sieht gar nicht, wir rammen die einfach tot! Dix! Was denn? Oh, ich mag deine Piratenader! Wir rammen die einfach tot! Das haben die bei uns auch gemacht! Rechts, rechts drehen! Rechts! Wir brauchen noch ne Freizeit! Ja! Deswegen müsst ihr mich ein bisschen steuern! Die kommen auf uns zu, die fahren jetzt gerade weg! Gerade ziehen, Zoe! Hab ich! Die ankern, oder was? Die ankern gerade! Ja, perfekt! Perfekt! Ja, süß! Die erraten wir! Die erraten wir! Können wir nicht das Licht anmachen, damit sie sehen, dass wir kommen? Nein! 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 Ist egal! Vielleicht kann man da noch was gut sehen! Ach komm! Was machen die denn? Echt jetzt? Warum gehen die mal alleine von der Garten? Echt jetzt? Warum gehen die mal alleine von der Garten? Äh, links! Was ist denn da? Links ist noch ein Schiff! Da kommt noch ein Schiff! Wo? Ah da hinten! Ach man, warum gehen die unter? Das ist ein Großes! Die sind noch nicht untergegangen! Ne, die stehen doch noch da! Die haben doch einen stehen! Los! Ja, ich bin noch ein bisschen näher ran! Was soll ich? Ne, alles gut! Dann... Musik